Hier habe ich noch was. Ich finde den Knopf mit dem Dynamis nicht egal. Ja, aber das ist jetzt die neue Nummer eins der deutschen Albums, Schatz. Vor Amy Weinhaus. Ja. Ich wandere sofort auf. Und was war nur mit Heidi und Ziel? Nö, jetzt nicht mehr. Und was war nur mit Heidi?